Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Rome To The World 2 mit den historischen Rom. Wir haben es jetzt endlich geschafft, die letzten Runden Griechenland zu erobern. Jetzt werden wir nach Kleinasien vorstoßen und natürlich erst Odessos einnehmen, damit die nicht mehr Stress machen. Genau, dann in Spanien bzw. Südfrankreich, wenn wir dann mit der zweiten Legion hier nach Südfrankreich vorstoßen und ich habe mir gesagt, komm, Rom hat Carthago vernichtet, deswegen werde ich das auch tun. Es war ein bisschen zu spät, also wir müssen innerhalb von drei Runden an der Nordküste Afrikas quasi landen. Also 105 war das, aber ich weiß nicht, ob ich die auch angreifen soll, ich glaube nicht, warte mal. Ja, die hassen uns auch, ja mal schauen. Genau, das heißt, wie werden wir jetzt vorgehen? Also hier habe ich vier Legionen, fünf Legionen, warte, also Dida, 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 Dida und Dida. Das heißt, wahrscheinlich werde ich die beiden, also von Sparta und Athen, werde ich nennen die dritte und die erste und werde sie in Kyrene landen lassen und dann nach nach Westen gehen, weil Alexandria erobere ich erst 93 und bis dahin habe ich Carthago geschlagen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Und die erste, ich habe zwei erste Legionen, warte mal, erste, erste, okay, das, ja, das, also das ist die siebte, erste, erste, das ist die wirkliche, erste, dritte, zweite, fünfte, sechste, siebte, da mache ich aus der da die achte, die achte, so. Ja, hier habe ich ja noch paar, genau, der da bekommt noch was, das ist gut. Dann bekommt er hier hier, die Motivation, dann dieser Heini braucht noch was, äh, der, was bekommt er hier, nochmal Erfahrung, Reichweite und öffentliche Ordnung ist natürlich auch super. Dann bekommt er das da, der gehört nicht zu mir, der gehört zu mir. Ach, das ist ein Krieger, ähm, Offensivkämpfe, auch wenn die Schlacht ist, ist auch immer gut. Kriegsgefangene und Stolz, ja, nee, das ist Moral, Präsenz, Verteidigung, Moral bei Defensivkämpfen und Schrecken. Waffenschaden durch alle Armee-Einheiten, Geschwassschaden durch Angst und Einschüchterung. Ja, aber ich, ich glaube, ich mache, äh, hier den, den Angriff. Ja, auch wenn, äh, auch wenn die Schlacht, ähm, 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 gibt noch viel mehr Boni, also Ähm, warte, ne Ha, die sind alle nicht so fein, aber okay. Ähm, weil das, äh, Angst und Schrecken, ähm, das, äh, dämpft natürlich die, die und das dämpft die, ähm, Moral und so weiter von den Gegnern, aber ich, ich, ähm, steigere lieber meine eigene Moral als die, äh, als das, äh, warte mal, als das Senken von den, ähm, äh, Senken der Moral meiner Gegner. Ähm, kritische Seltenabpunkten Bogenschützen, äh, ein Tipp, wenn ihr die, äh, holen könnt, das ihr, äh, könnt, die kann man eigentlich nur in, äh, ähm, Griechenland, dann holt sie euch. Das sind die besten Bogenschützen, die es gibt. Die sind zwar teuer, aber sie lohnt es. Sie sind's wert. So, ähm, hier werde ich mal Richtung Nabelsos wieder zurückmarschieren. Der da wird, glaub ich, bleiben, weil hier sind zwei Vollstack Armeen und hier hab ich noch keine, keine, ähm, Flotte. Äh, keine, keine Garnition, mein ich. So. Das ist auch ein gegnerischer. Okay, der, der braucht zwei Runden und dann kann er auch Richtung, Richtung, äh, Süden stoßen. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Warte noch die, mal ein bisschen scouten. Okay, hier ist alles leer. Interessant. Der hat, äh, der muss noch, der muss noch, der hat, genau, der marschiert nicht. Mh, okay, dann haben wir alles. So, ich glaube, jetzt, ähm, kommen wir wieder. Die Worte des Orakels beeinflussten die Wahl des Angebots. Deshalb solltet ihr mit angemessenem Ernst darüber nachdenken. Okay. Ich hätte es, äh, eh, ehrlich gesagt, ungern gemacht. Also, das Klienteltum ist schon, äh, eigentlich ganz cool. Also, vor allen Dingen, auch realistisch. Aber mir werden die Klientele immer ein bisschen zu stark, ehrlich gesagt. weil, ähm, das, äh, das, äh, echt jetzt? Wieso, wieso greift er mich an? Das, das, äh, können wir automatisch machen. Ähm, genau, also, die Klientele werden dann immer ziemlich groß und das finde ich eigentlich immer so, meh. Das hat man, äh, zum Beispiel bei meinem Epirus-Let's Play, äh, ich habe, äh, mit den Kimmerern, äh, Kimmerer, glaube ich, ähm, habe ich ziemlich früh schon, ähm, oder war es Marsilja? Ich glaube, nee, das war Marsilja, genau. Ähm, habe ich, äh, sehr früh, ähm, Frieden geschlossen, also, militärischer Bündnis. Okay. Interessant. Also, das, das würde ich zwar gewinnen, aber Pyrus Sieg. Ich sag, ähm, warte, der hat eins, zwei, drei, vier, ja, viereinhalb für Geniere. Ich sag, der hat keine Chance. Die Frage ist natürlich, Riesenballiste, ich glaube, die Riesenballiste ist, äh, stationär. Das finde ich auch kacke. Also, das, äh, ja, die ist stationär. Und ich, ich finde das, ehrlich gesagt, unlogisch, ähm, dass die, äh, also, bei Riesenballiste, okay, das, warte, der hat noch ne, verteil, äh, noch ne, der hat zwei Armeen da. Uh, okay. Okay, das wird dann interessanter. Ah, von den, von den Spartanern. Okay. Ähm, genau, also, dass, äh, man die nicht abbauen kann, weil rein theoretisch kann man die abbauen. So, jetzt ist die Frage, wahrscheinlich kommt der Spartaner auch irgendwie von da. Ha, okay, die Ballisten können, glaube ich, alles, bis, bis auf hier, ja, doch, die können sich natürlich drehen. Praetorianische Garde, das heißt, dass da ist mein, äh, das sei es dann mein, äh, mein, 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 buddy. Imperator, wie so, erfährt mir, diese blöde Worte nicht. Och, nee, nee, überzeugt mich nicht. du gehst dahin. Die, äh, Praetorianische Garde ist natürlich bei dir. Ähm, die sind hier. Dann, könnte ich hier paar aufstellen. Hier, einer ist noch übrig. Den stelle ich hier auf. Und die Cavalry kommt auch hier hinten hin. Nee, nee, es ist natürlich die Frage, wo sein, ne, ist schon lustig. es nähert sich halt nicht auch von da. Ich bin unsichtbar, also er sieht mich nicht, aber trotzdem weiß er, wo ich bin. Aber ja, das ist halt typisch. so, da mache ich hier mal zu. General, sehr, äh, schön hier verstecken. So, was hat denn der Spartaner? Der hat drei Cavalry. Und sonst, also der, ich, also ich habe vor den Spartaner mehr Angst, weil die haben halt mit, die haben unglaublich heftige Moral. Okay, scheint, scheint so, als wisst ihr ja wirklich nicht, wo ich bin. Ich muss halt schauen, dass ich, äh, sobald die Piken kommen, versuche ich mich zurückzuziehen. Äh, das heißt, äh, ich muss halt schauen, ähm, ich, ich will, äh, hier dann aufbauen und hier, also hier bleibe ich stehen und dann, äh, will ich, dass die Piken hierhin kommen und dann kann ich sie umkesseln. Das ist meine Absicht. Mal schauen, ob es funktioniert. Hmm. Dann hol ich mal kurz die, wobei die, die kann eigentlich bleiben. Ne, egal, ich nicht. nicht. Ja, Bürgerkabularie versucht mal die Praetorianer zu töten. Idioten. Hahaha. Bikiniere. Bikiniere. Okay, da kommen die Pikiniere. Das heißt, ich gehe jetzt hier zurück. Hier gehe ich zurück. Hier gehe ich zurück. Hier gehe ich zurück. Hier gehe ich hin. Hier gehe ich hin. So. 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 das genau sollte vielleicht unser General wird angegriffen eine Einwärter nicht kenne sollen so schön immer auf eine eine einheit fokussieren damit es so viel schaden gibt wie möglich nicht sehr schön eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht die sind jetzt auch fertig die sind fertig eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition hier bitte auf den General drauf und General warte bekommst du mal kurz hier hin und bekommst alle oh schade fast alle warte ich geh mal seitlich hin die müssen noch ein bisschen aushalten noch ein ganz ganz bisschen so und jetzt auf die Pekingäre sehr schön das ist gut das sind halt jetzt die ganzen ja die müssen noch ein bisschen warten eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht ok hier kurz äh Seitenwechsel Echt die gehen da auf ok super der General ist jetzt auch gleich weg so gut jetzt kommen meine Kavalaristen langsam hier hier in Angriff über schön auf die Pekingäre super super und jetzt charge ich von hinten rein aber bitte mit ein bisschen Elan so genau die fangen jetzt auch an eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht so so das Problem ist jetzt dass er echt hier aufgehalten wurde eine gesamte Munition verbraucht äh ok warte jetzt geh ich denen in den Rücken ok die haben jetzt auch keine Munition mehr ok die haben jetzt auch keine Munition mehr jetzt haltet er ja ok eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht so m nach 15 Sekunden äh 50 los geht's ja ich halte und dann geht halt einer nach Tal es ist mir noch wurscht so so das sieht ja nicht ganz so äh super aus hier so das könnten das männer fangen mhm jetzt fängt sie nämlich an warte du du kommst jetzt ne du kommst jetzt äh hier hin weil wir brauchen Praetorianer so das brauchen wir jetzt auch hier geht mal weiter du gehst nach da das da ist eine pläne Situation hier die gesamte Einheit ist umgekommen uiuiuiuiui das ist auch nicht gut das ist bitter so und jetzt bitte das sind halt auch Pekiniere ne also Pekiniere sind sehr schön so ok die halten noch aus so jetzt meine letzte meine letzte Reserve geht jetzt da rein und dann wenn die Pferde endlich hier das erledigt haben gehen sie dann in den Hammer und Amboss Modus rein jetzt mach mal schneller meine ich jetzt mach mal schneller meine ich so bitte schneller das war jetzt chargen die mal hier hinten rein gut jetzt sind sie nicht mehr ganz so ein Standort so kannst du noch ne das ist gerade sehr gefährlich was ich hier mache so ich jetzt wanken die Ah, meine auch. Ja, okay, drei. Come on. Noch ein bisschen aushalten. Die sind fast tot. Die sind fast tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Zurück, Männer! Zurück! Zurück! Regionenäre! Zurück! 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 Der Gott! Der Gott! Graf Meiner mit ihnen in den Rücken an. wieder diese blöde die Kini ein ein ja gewonnen aber nicht so eindeutig wie ich ihn gewollt habe aber naja hier ist es auch heftig wie lange die aushalten da sind halt spartaner warte mein general der feindliche general ist super das war noch mal wichtig und der ja darf jetzt auch teurer sieg ja über die hälfte habe ich verloren aber ja okay also ich habe knapp 1000 verloren und er hat mit knapp 3000 verloren und das ist schon mal gut vor allen dingen pikiniere die beiden haben keinen getötet das waren wahrscheinlich die hier zuerst angekommen sind okay ja die da werden ich habe wahrscheinlich vier vier verloren da kann mir auch ja ich glaube viermal oder so oder ja zweimal das eine vollständige armee vollständige einheit aufgerieben wurde wieso pyrus sieg das könnte ja ja das ist total easy also offensiv hätte ich natürlich verloren weil ich hab ja die also artillerie dinger ne so es ist schon wieder 30 hm dann würde ich sagen gleich also wir haben eigentlich nichts gemacht wir haben eigentlich keine runde gespielt ich muss dich leider besiegen wir haben jetzt wirklich nur einmal kurz geschaut was was gerade so abgeht geht natürlich oh nein schade dann bekommt er halten es sagt du du musst hm ja noch nur noch drei runden noch drei runden warten okay warte du gehst jetzt mal nach hier oben du gehst nach hier unten und du gehst dann später noch da so und hier werden wir jetzt nach nach süden aufbrechen gut dann würde ich sagen ja schauen wir schon nochmal kurz ein hauch von weinrot wieso hat der jetzt das bekommen ich dachte eigentlich nur wenn ich dachte eigentlich nur wenn die soldaten tötet aber ok da bekommen natürlich gleich den da und den da und nochmal den da so und dann würde ich sagen geht da zum zu ihm und nicht zu ihm weil das soll sein dass ist mein diktator der braucht mehr unterstützung zwar du bist gleich auch fertig du bist auch gleich fertig das heißt nach art am riesen werden wir hier können wir ja das da schon mal ach so da ist ja wer drin belagern wir mal gut aber ich schweife schon wieder aus wir werden jetzt nächste runde eben in afrika landen und hier eine komedia platt machen gut danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal okay bye see ya see ya so 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 Sie müssen versprach werden! Angriff! Angriff! Angriff zu dieser! Angriff, die Elektrogeräte! Angriff, die Elektrogeräte! Hör! 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 Tehrlein! Fyde! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020